Ja, ich bin so eine Art Cricket von 20 auf 0 auf 1-1 auf Bulls. 21, 22, 23, 3x90, nein, nochmal, 3x90, so, nichts, immer noch nichts, viel zu niedrig, viel zu niedrig, 3x18, ne ein bisschen höher, nur 1x18, und 4, was ist jetzt los, probieren wir ein doppelt 18, ein 3x17, 3x17, nein, weitermachen, 3x17, das war nicht mal 17, das halte ich falsch nochmal 3x17, einmal 17, dann machen wir doppelt 17, dann machen wir 3x16, das war nichts haben wir wieder 3x16, oh ja, total daneben, fast, aber nicht gut genug, ein doppelt 16, war auch nicht drin, haben wir bei meinem einfachen 16, damit es schneller geht, 3x15, ja, 3x14, nein, probieren wir jetzt doppelt 14, vielleicht geht das, ne, fast, aber nicht genug, das ist draußen, das ist zu hoch, vielen Dank, aber wir warten, doppelt 14, ja, wieder zu niedrig, das ist einfach 14, dann noch ein einfach 14, nein, jetzt kommt ein Driebwert, sehr gut, 3x13, gibt es nicht 13, 3x12, nein, nochmal 3x12, nur ein einfacher 12, dann robieren wir doppelt 12, vielleicht geht das, nicht, auch nicht, dann einfach 11, dann gehen wir zum 10, da probieren wir auch, nicht, auch nicht, dann einfach 11, dann gehen wir zum 10, da probieren wir hier auch, 3x19, fast, nochmal 3x19, fast, nochmal 3x19, nein, diesmal nicht, dann machen wir, dann machen wir schnell ein einfaches 19, auch schnell, dass sowas geht, ein 3x9 vielleicht, nein, 3x9 nochmal, so hoch, nochmal 3x9, ja, nochmal nicht, ja, dann machen wir ein doppelt 9, das ist auch nicht, dann gucken wir mal, wie kommt die Fliege, unglaublich, also nochmal doppelt 19, gemacht, 3x7, auch drehen, 3x6 brauchen wir jetzt, oh ja, das ist kein 3x6, vielleicht geht ein doppelt 6, von der doppelt 10 Stelle, oh ja, fast den Wort nicht getroffen, das ist einfach 6, jetzt ist wieder raus, dann brauchen wir noch ein 6, glaube ich, ich habe schon vergessen, das ist kein 6, das ist ein 6, ein 3x5, das geht immer, jetzt ein 3x4, aus der Mitte, ist das drin, es ist ein 3x3, nein, ein doppelt 3, auch nein, 3x3, ich soll bitte 2 auch nehmen, ich beläst es nicht, und nochmal ein 3x3, ein doppelt 2, dann war 3x2, 3x2, ich habe auch 2 gedachten, doppelt gesagt, also 1x2 habe ich, erstmal doppelt 2, glaube ich, nicht so niedrig, ein 1x2, beim nächsten 2 ging nicht, was ist das für ein Wurf, probieren wir nochmal ein 1x2, wieder zu hoch, mein Gott, jetzt daneben, oh ja, 3 Feile, keiner hat doppelt 2, das geht dann, 3x1, nicht, warum habe ich 18 angeschaut, dann gucke ich wieder noch auf 18, danke, viele Punkte brauche ich nicht, 3x1, zu niedrig, 3x1, zu hoch, 3x1, immer noch zu niedrig, jetzt kurz vor Ende, 3x1, 1x0, doppelt 1, zu hoch, bleiben wir bei 1x1, wird vielleicht nicht regnen, jetzt vielleicht besser gehen, naja, egal, wieder 3x18, oh man, wie schwer es war, 1x1 zu treffen, auch nicht 1x1, haha, super an die Weile hier, Wohls treffen, das ist total durch, jetzt vielleicht, nein, wie viele Mittel brauche ich, um Wohls sein zu treffen, zu laut, glaube ich nicht, dass das drin ist, und dann sind wir fertig, ja, so wird nichts gemacht, so auch nicht, oh ja, sehr, sehr kalt, sehr gut, super, endlich mal ein Topps, das war kein Topps, aber ist gut genug,